Joseph Robinette Biden Jr. wurde am 20. November 1942 in Scranton, Pennsylvania geboren. Er wuchs mit zwei Brüdern und einer Schwester in einfachen Verhältnissen auf. Als Biden 10 Jahre alt war, zog die Familie nach Delaware um. Biden studierte Geschichte, Politikwissenschaften und Jura. Nach dem Abschluss seines Studiums im Jahr 1969 arbeitete er als Anwalt. Biden wurde in den Jahren 1968 bis 1969 erstmals politisch aktiv, da die Anwaltskanzleien, in denen er arbeitete, jeweils von aktiven Lokalpolitikern geführt wurden. Bei der US-Senatswahl 1972 gewann Joe Biden mit nur 29 Jahren völlig überraschend für den Bundesstaat Delaware und vertrat diesen ab 1973 im US-Senat. Diesen Wahlerfolg konnte er bis 2009 insgesamt fünfmal wiederholen, bevor er in das Amt des Vizepräsidenten unter Barack Obama wechselte. Als Senator verdiente er in seiner langen Amtszeit von 36 Jahren zwischen 40.000 und 170.000 Dollar pro Jahr. Als ehemaliger Senator von Delaware steht Biden allerdings auch in der Kritik. Der US-Bundesstaat ist eine der meistgenutzten Steueroasen der Welt. Der Ausbau zu eben dieser geschah während der Regierungszeit von Joe Biden. Versuche dies zu verhindern, unternahm die Regierung allerdings nicht. Nach zwei gescheiterten Versuchen Präsident zu werden, nämlich im Jahr 1987 und 2007, zog Biden als Vizepräsident unter Barack Obama ins Weiße Haus ein. Dort verdiente er als Vizepräsident bis 2016 pro Jahr 230.000 US-Dollar. Während und nach seiner Vizepräsidentschaft verdiente Biden ein Vermögen mit Auftritten. 40.000 bis 190.000 US-Dollar pro Rede waren da schon drin. Zudem brachte sein Bestsellerbuch Promise Me Dad 11 Millionen US-Dollar ein. Im November 2020 trat Biden erneut zur Wahl zum US-Präsidenten an und gewann die Wahl dieses Mal. Am 20. Januar 2021 wurde er offiziell vereidigt. Im obersten US-Amt bezieht er ein Gehalt von 400.000 US-Dollar pro Jahr. Das aktuelle Vermögen von Joe Biden wird auf rund 9 Millionen Dollar geschätzt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns einen Daumen nach oben da. Abonnier auch gerne unseren Kanal, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!